Auf den städtischen Diensthandys wird das Videoportal TikTok jetzt verboten, aus Sicherheitsbedenken. Die private Nutzung auf privaten Handys ist davon nicht betroffen. TikTok ist besonders bei jungen Menschen beliebt und der Kanal, um Inhalte unter Jugendliche zu bringen. Unter Datenschützern ist die App umstritten, wie Barbara Piontek berichtet. Kein TikTok mehr auf rund 90 Diensthandys von Mitarbeitern. Die Stadt zieht damit dem Bund nach, der bereits am Mittwoch ein solches Aus verkündete. Die Entscheidung sei eine pragmatische gewesen, heißt es. Der Datenschützer kann sie nachvollziehen. TikTok sammelt jede Menge Daten von all seinen Nutzern, egal ob Bürger oder Staatsoberhaupt. Das Problem ist, dass die Nutzer hier keine Information haben, welche Daten von ihnen weitergegeben werden, wofür sie weitergegeben werden, was für Entscheidungen aufgrund dessen getroffen werden und können sich folgedessen auch nicht dagegen wehren. Hierzulande braucht man einen Anfangsverdacht inklusive richterlichen Beschluss, um an Daten aus sozialen Profilen zu kommen. Nicht so in China. Unternehmen, die dort einen Standort haben, sind verpflichtet mit der Regierung und mit den Sicherheitsbehörden zu kooperieren und Daten herauszugeben. Ähnlich lasche Gesetze gibt es auch in den USA, weswegen der Datenschützer europäischen Behörden empfehlen würde, auch Facebook von Diensthandys zu verbannen. Doch nicht nur die technische Seite birgt ihre Gefahren. Die viertbeliebteste App unter Jugendlichen in Österreich zieht einen mit ihrem Algorithmus, also welche Videos einem angezeigt werden, sehr schnell in den Bann. Wenn TikTok erkannt hat, okay, das ist ein Thema, das interessiert diese Person, dann zeigt es mir mehr davon und dann immer mehr so ins Extremere hineingehende Inhalte. Das heißt, irgendwie befinden wir uns da so wie in einem Strudel, der uns da so hineinzieht. Und ja, deshalb ist es auch so schwer aufzuhören. Kinder verbringen oft Stunden mit der App. Problematisch sieht die Expertin auch das Problem der Fake News bei Jugendlichen. Das heißt, diese Informationen bewerten machen sie aus dem Bauchgefühl heraus und das stimmt hin und wieder, aber hin und wieder halt auch nicht. Und es fehlen ihnen da die Kompetenzen auch zu wissen, wo wären jetzt Vergleichsseiten im Internet, wo wären überhaupt Quellen, wo ich mich rückversichern könnte, ob diese Information stimmt oder nicht. Eltern sollten mit ihren Kindern viel über den Umgang mit der App reden. Sie sollten es aber nicht wie die Stadt bei ihren Mitarbeitern machen, denn Verbote von Apps würden bei Jugendlichen in der Regel wenig nützen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020